Silent Hill 1 ist einer der ganz großen Klassiker des Survival Horror Genres. In Kürze kommt eine Remake des zweiten Teils raus und als Vorbereitung darauf habe ich ein Let's Play des ersten Teils von 1999 auf meinem Retro Kanal Martin spielt Retro gemacht. Und es lohnt sich wirklich dieses Spiel nochmal zu spielen oder anzusehen, denn es sieht heute noch erstaunlich gut aus mit den richtigen Einstellungen und die Story und Atmosphäre sind einfach fantastisch. Den Link zum Let's Play findet ihr hier als Anmerkung im Video oder auch unten in der Beschreibung, aber für alle die keine Zeit haben ein ganzes Let's Play zu sehen oder die einfach nur ihr Gedächtnis auffrischen wollen, habe ich dieses Video gemacht. Hier habe ich alle Zwischensequenzen und Szenen des Spiels zusammengeschnitten, die ihr dann am Stück wie einen Film gucken könnt. Für alle die dann noch tiefer einsteigen wollen, mache ich noch ein weiteres Video, wo ich mehr Details erkläre, auch ein bisschen auf Sachen eingehe, die sich nicht direkt aus dem Spiel heraus ergeben und dort zeige ich auch die alternativen Enden. Wie das volle Kinoerlebnis fehlt jetzt eigentlich nur noch der Eismann, der vor dem Film was verkauft. Das kann ich nicht ganz bieten, aber immerhin gibt es was zu trinken mit meinem Kooperationspartner Holy. Die machen Energydrinks, Hydrationdrinks und Eistees und haben eine große Auswahl ohne künstliche Aromastoffe, ohne zusätzlichen Zucker. Da könnt ihr euch also mit gutem Gewissen etwas gönnen. Falls ihr Holy noch gar nicht kennt, würde ich euch empfehlen, ein Einsteiger-Set auszuprobieren. Da kriegt ihr eine gute Auswahl, etwas günstiger, als wenn ihr das einzeln kaufen würdet. Und wenn ihr dann an der Kasse noch meinen Code Martin5 benutzt, bekommt ihr als Neukunde nochmal 5 Euro extra Rabatt obendrauf. Den Link zu diesem Angebot findet ihr oben als Anmerkung im Video oder unten in der Beschreibung. Und wenn jetzt jeder was zu trinken hat, können wir mit dem Film loslegen. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! 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 Musik 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 Sheryl? Ist das Sheryl? Wo gehst du? Hey, warte! Stop! Achso. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist mein Traum. Was ist passiert in diesem Ort? Was ist das die Scherrill-Sketchbuch? Hmm, she's at the school. Well, you know the bus are going to be streets with a small town? Well, you can't be in a city, but it's not. No, you're. Let's say that. No, you're. Oh, you're. I'm going to die. No, 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 I'm going to die. Well, that's not because I don't know why you're in my life. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Well, ich hätte besser gehen können. Ich kann nur hier sitzen, nichts zu tun. So lange. Good luck out there. So lange. Was ist das? 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 ? Was ist das? 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 ? Was ist das? Was ist das? ? Was ist das? 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 ? Was ist das? ? Was ist das? was ist das? ? ? ? was ist das? ? 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 What is this? That's none of your business. Instead of messing with that, how about coming up with a way to get out of here? Hmm. You shouldn't be hanging around here goofing off. What do you think you're doing? You want to get yourself killed? Get out of here. Okay, take it easy. Unless you want to die, keep your mind on business. Got it? What's this? Oh. 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 Ain't that no? Oh. Ah. 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 Sibyl! Harry! Wie warst du hier? Ich habe den Pferd. Warst du derjenige, der schluchte die Fenze? Ja. Ich bin glücklich, dass du es geschafft hast. Ich warst du über dich. Du warst du? Wo warst du dich? Keine Ahnung. Ich will wissen, was hier passiert ist. Was ist mit dieser Stadt? Das kann ich wirklich aus dem Schiff, aber hör auf mich. Du musst mir glauben. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich dachte, ich habe mich verloren. Aber ich weiß, dass ich nicht. Es ist nicht ich. Diese ganze Stadt. Es wird durch den anderen Welt. Durch den Welt, durch den Welt der jemanden der schluchte der Erinnerung. Die Menschen kommen zu Leben. Little by little, die Invasion wird gespricht. Ich versuche, alles in der Erinnerung. Ich glaube, ich beginne zu verstehen, was diese Frau sagte. Harry. Hold auf einen Moment. Ich verstehe es nicht. 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 Ich glaube, ich kann es nicht erklären. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber ich weiß, Cheryl ist da. Da? Unter... Wer hat diese Schmerz. Cheryl ist irgendwoher. Und sie braucht meine Hilfe. Harry. Das alles ist ein großer Schmerz. Du musst dich aufzuhören. Siebel, ich... Ich verstehe es nicht. Der Dämon ist wunderviert, die Wände zu spät. Dahlia Gillespie. Es war nicht so, wie ich sagte. Ich sehe es jetzt alles. Ja, alles. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es für die Schmerz, der Dämon wird die Lande spät. Ich wusste, dass dieser Tag kommt. Und was anderes, der Dämon ist fast. Es gibt nur zwei. Für diese Stadt in der Abyss, die Mark von Samael. Wenn es complete ist, alles ist verloren. Selbst im Tag, die Schmerz wird das Sonnen. Der Dämon wird das Sonnen. Der Dämon wird das Sonnen. Der Dämon wird das Sonnen. Das ist nicht so, dass du siehst, dass du siehst, das ein Schmerz wird. Das ist zu lange. 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 Was mache ich? Das ist zu lange. Das ist zu lange. Das ist zu lange. Das ist die Schmerz. Siebel nicht zurück. Das Creep ist sicher, dass er im Amusement Park in der Zeit kommt. Ich werde mich auf Zeit sein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF, 2020 Sibyl! Wake up! Snap out of it! Sibyl! Harry? What happened? Shh! Don't talk. I'll take care of you. Harry. Why did they take your daughter? Why her? I'm not sure myself. But, you know, Cheryl isn't my biological daughter. I actually haven't told her yet. She probably already knows anyway, though. We found her abandoned on the side of the highway. Nobody knew where she came from. We didn't have any kids of our own. My wife was sick. And it didn't look like she was getting any better. So we took Cheryl in. So in that case? There might be some connection between Cheryl and this town. So what do you do now? Cheryl is my daughter. No matter, I will save her no matter what. I figured you'd show. So, hold it right there. I don't know who you are, what you're trying to do, and I don't care. Just one thing. Let Cheryl go. That's all I ask. What? What is this? What is this? Ah! Where's Cheryl? Give me back my daughter. We meet at last, Alessa. Dahlia Gillespie? Where's Cheryl? Where is she? Alessa. This is the end of your little game. Mama? Huh? Could she be... You've been a ghastly little pest, haven't you, Alessa? I was careless. Thinking you couldn't escape from our spell. But mommy didn't know how much you'd grow. That's why I couldn't catch you all by myself. But what a pity, yes? Now you're half indebted to this man for his help. Hey, what are you talking about? Alessa, my dear little girl, there is one thing left I need you to do for me. No! Get away from me! Bad girl. Everything is bad. Let's go home. What's going on here? No! 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 Lisa, was ist passiert? Wo sind Alessa und Dahlia? Harry, hör mal. Einfaches, was du schon gesagt hast, hat mich beeinflusst. Ich kann es einfach nicht aus meiner Haut. Was ist es, Lisa? So, ich war in der Basement, obwohl ich so Angst war. Wie du sagst, es waren diese schreckliche Räume. Aber nichts wirklich ungewöhnlicher da da. Aber während ich da da da, habe ich dieses weird Gefühl, wie ich da war, wie etwas da passiert. Aber ich kann nicht mehr erinnern, was war es? Das ist es. Harry, hilf mir. Ich bin so Angst. Ich kann das nicht nehmen. Es ist nur eine bestimmte Sache. Du bist in Schock, seitdem du geholfen hast. Keine Angst, du wirst ein paar Mal wiederinnern. Nein. Du wirst nicht verstehen. Wait, wo du denkst, du gehst? Ich bin so geholfen. Was ist in dieser Stadt? Was könnte das so machen? Ich habe eine Gefühle, wenn ich den Elevator runterfahre, werde ich ihn finden. Cheryl. Harry? Lisa, was ist mit dir? Ich verstehe jetzt. Warum bin ich noch immer wieder alive, obwohl alle anderen sterben sind? Ich bin nicht derjenige, der noch immer wieder unterwegs ist. Ich bin die gleiche als sie. Ich habe nur noch nicht gesehen. Lisa. Bleib bei mir, Harry. Bitte. Ich bin so Angst. Hilf mir. Seid mir von ihnen. Bitte. Harry? Bitte. Was ist das? Lisa? ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein! Ich will nicht das machen! Es wird jeder glücklich sein. Und es ist für dein eigenes Gut, auch. Oh, aber Mama, ich möchte nur mit dir sein. Nur zwei von uns. Bitte verstehen Sie. Oh, ja, ich verstehe. Vielleicht, Mama hat es falsch gemacht. Mama! Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Es ist kein Grund zu warten. Hierin liegt die Mutter's Womb, mit dem Macht zu entwickeln Leben. Ich könnte es alles selbst machen. Mama! Ich bin froh, dass die Talisman von Metrotron benutzt. Ich bin froh, dass ich die Talisman von Metrotron benutze. Ich bin froh, dass ich die Talisman von Metrotron benutze. Ich bin froh, dass sie nicht vor. Ich bin froh, dass sie nicht vor. Es ist alles wegen dem Mann. Wir müssen ihn dankbar sein. Ich bin froh, dass sie nicht vor. Ich bin froh, dass sie nicht vor, dass sie nicht vor. Aber auch die Talisman von Metrotron benutze. Ich bin froh, dass sie nicht vor. Dahlia. Na, 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 na. Ich bin froh, dass du so weit bist. Dahlia. Wo ist Cheryl? Was hast du damit gemacht? Was hast du damit gemacht? Du hast sie viele Mal gesehen, zurückgezogen zu ihrer Erinnerung. Dahlia. Ich bin froh, dass sie nicht vor. Ich bin froh, dass sie nicht vor. Verstehst du? Sie ist dort. Das ist absurd. Du bist der einzige, der so denkt. Warum? Warum machst du das? Es ist lange, sie Jahre lang. Für die sieben Jahre, seit dem schrecklichen Tag. Alessa hat sie lebenswürdig. Sufferend ist, weniger als die Todes. Alessa hat sie verletzt, in eine unendliche Nachtmache, von dem sie nie wachst. Er hat sie nurtured, durch diesen Nachtmache, wartet, für den Tag zu sein. Der Tag ist endlich gekommen. Der Tag ist nigh. Jeder wird von der Schmerzen und der Schmerzen. Unsere Heilung ist anhand. Dies ist der Tag der Reckung, wenn alle unsere Sorgenen werden verletzt werden. Wenn wir zurückkommen in der true Paradies, meine Frau wird die Mutter von Gott sein. Die Schrauben werden nicht mehr verletzt. Zurück die Dinge wie sie waren vorher. Kaufmann! Ich habe das gefragt? Keiner benutze ich mich. Du wirst nicht mit mir gehen. Dein Weg ist vorbei. Wir brauchen dich nicht mehr. Was denkst du, dass du hierherst kannst? Meine, wir sind nicht knackig. Ich kann es nicht sehen, dass du das hierherst kannst. Ich habe das Gefühl, ich habe das gemacht. All ich musste, war es etwas zu finden. Und du, du bist, du bist. Du bist einfach. Und da ist noch mehr, wo es das kam. Stop es! Huh? What the? Oh, my God. Daddy... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020